Nun, sie ist nicht wirklich verboten, aber auch nicht frei verfügbar. Nicht jeder darf davon abbeißen. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Gespräch führe, aber nein, ich habe kein Gelübde abgelegt. Die Kirche gibt allen Fürsorge und Zuflucht, die danach suchen. Ich habe beschlossen zu bleiben und meine Beteuerung abzulegen.